Das Haus war früher eine Schule. Hä, woher weißt du das denn schon wieder? Aus diesem Buch, da steht gar nichts über die Gemälde daran drungen. Was dann über alles, was im Buch drin steht, genau so schreibt. Ja, klar. Okay, wer hat denn... Dieses Mittag mal. Das war ein Kastbattern Friedrich aus dem Jahre 1830. Hm, Kastbattern Friedrich, den kenn ich auch. Das ist doch der berühmte Mannhausgleichzeug. Richtig. Das ist das Riesengebirge. Irgendwas ist komisch an dem Bild. Mann, wir sind in einem Bild. Cool. Schaut mal, da hinten ist ein Haus. Auf und aus. Auf und aus. Ich geh nicht rein. Nun komm schon, sei kein Feigling. Na gut. Ganz schön dunkel hier. Vielleicht ist da oben noch eine ganz große Riesenschwinne. Ich bin schon... Oh. Hier ist ein gereibnisvoller Zettel. Lies vor. Geht zur... Das kann man total schlecht lesen. Geht zur Ruine. Psst. Seid mal leise. Der Mann aus dem Bild. Er kommt. Schnell. Durch Fenster. Puh. Das war knapp. Los. Schnell zur Ruine. Puh. Wir sind ja ein Eldener. Endlich sind sie wieder aus dem Bild raus. Nach diesem Abenteuer hab ich aber Hunger. Schnell zur Eisdiele. Los.